ist das hier das ist aber kein normaler wenn er so fliegt ja wenn du da mit dem Auto dagegen fährst dann kann der auch schon mal so guck it real good schieben der ist schön aber guck it, guck it ich hab noch viele unverbrauchte Wortspiele das war jetzt ein Set der hat wieder geschubst natürlich was nein die Latte Pfosten die Latte ist das was oben ist musst du doch wissen Mensch die Latte ist oben der vollpfosten ist der da unten bleibt der steht aber da oben also das ist das perfekte Spiel für den Maddin weil er da die ganze Zeit an der Wand fahren kann mit dem Puck und den schönen vorlegen das Schöne ist dass bei dem Spiel der Puck halt normalerweise wirklich an der Bande klebt nein ich bin ein Eishockey meistens boah ich dribbelt gern weißt du du darfst nicht springen Marene das auch außer als Timon darfst du alles scheinbar Maddin der kommt ziemlich hoch rein und geht ziemlich hoch wieder raus ja das ist ein hoher ha 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 oh schön lass mich durch Atma jetzt machen Reiss was Maddin ist doch da ja den hätte aber ja Hätt mal Pressure müssen da er hat sich durchgesetzt hau akku bei den händler werden hoa als richtung da ist du mal danke hier schön geblockt 8 Scheiße. Oh Gott. Haua hauaua hauaua. Ach, Mann, ich hab noch. Wie ist der denn dabei? Das Malga Young meldet. Die einkultige Runde hier mit Pups. Fack der Dots doch nicht, Scheiße. Ja, das hätt man einkalkulieren müssen. Ja, das hätt natürlich einfach flach auf dem Boden liegen. Uuuuh. Ah, schau. So hoch? Oder noch höher? Ja, so ist besser. Okay. Da leine, ne? Ich bin leider nicht da. Was denn noch ist, Alter? Ja, du hast getopst. Da. Ja, du hättest ihn eh nicht mehr gekriegt. Das ist nicht. Das machen wir auch noch. Eins am anderen. Machen wir jetzt alles durch hier. Jetzt nichts ausgelassen. Das war blöd. Boah, schön gehoben. Dreckig. Hier genau unter den Punkt gekommen ist mit der Schnauze. Warte mal. Ja, da dreht er sich. Ja, da dreht er sich. Da war wieder der Boost weg. Schön. Ah, bisschen zu weit. Nein! 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 Danke! Was war das denn? Nein, das war 1a. Der kam aber auch fies auf den Pfosten. Oh, und dann geht er halt auch blöd weg. Da geht er rein wie eine Münze in Automat. Gut, der Schlitz ist so groß. Ausgeleiert. Ja. Aber gelängig. Use it too often. Ja, der Team hat's raus. Wie immer Schlitze ausgleichert. Ja, was eh. Atma? Nein, ich. Brauch ich nicht. Du war extra. Ja, sorry. Ich bin vorbeigefahren. Ja, ich war noch zu weit weg vom Tor. Ich kam nicht mehr hinter... Ja. Ich kam nicht mehr hinter den Puck. Ich war zu schnell da. Ich weiß gar nicht, ob ich da vorbeigefahren bin gerade. Echt doof. Nein, nicht hochhegen. Was soll das denn? Ja! Fuck. Ich hab keinen Boost. Ich auch nicht, aber ich hatte Talent. Gute Richtung. Guck mal noch. Ja, schau. Du musst bei dem Ball nicht schießen, ranbleiben, dann geht's eigentlich. Guck. Wenn du den so steuerst mit deinem Auto. Ja. Dribbeln quasi. Er ist drin. Genau. Schönes Ding hier nochmal. Hab ich ihn gekriegt oder du? Du. Du hast ihn gekriegt. Nice. Ich hätte ihn, glaube ich, sogar noch wieder rausgeschoben. Ich war mir nicht sicher. Achtung. Du. Ja. Du hast mich schön reingekriegt. Nee, da ich bin zwar dran. Ja, aber du hast mich aus dem Tor rausgedrückt. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Du hast ihn... Du hast mir eine gute Richtung gegeben. Küsschen. Oh, macht der Männchen wie süß. Oh, wie putzig. Aber das war aber wieder lustig. Guck mal wieder lustig. Gut, merken wir uns. Dann gehen wir ins nächste. Äh, jetzt wird's fies. Querer Ball, leichter Ball, schneller Ball. Keine Qualität. Keine Qualität. Keine Qualität. Keine Qualität. Was soll er sagen? Ich habe keine Qualität. Was soll er sagen? Ich habe keine Qualität. Oh, 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 oh. Ey, wie bin ich? Ja, mit Martin. Nein. Danke. Ah, der Ball geht auch hoch. Scheiße. Ich habe nicht gerechnet. Oh. 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 Schönes ist das Spiel hier gerade. Ich habe gerade ab und aus dem Fall gerichtet gespielt. Was? Das ist jetzt richtig, hier runter zu bashen. Du musst ihn rüberziehen. Ja, aber ich muss denselben. Tut mir leid. Ja, aber weg und... Oh, der war schön. Da komme ich nicht mehr dran. Nice. Nein. Sehr gut, sehr gute Punkte. Ja, dein ist fast schon offen. Nein! Der ist offen. Ja, voll. Alter. Ach, der ist halt gegen Martin. Boah, der hat 420 Punkte, der Martin. Alter. Nach 30 Sekunden, was ist mit dem los? Na, Entschuldigung. Gehst du? Ja. Ach komm. Doch, wo? Nix da. Oh. Alles blau, ist alles gut? Oh nein, ist nicht mehr blau. Ah. Fuck. Schön genau getroffen. Ja. Nein, hat er. Schön. Ja. Ach so, das stimmt. Das war ja so, dass die Punkte noch offen bleiben von vorher, ne? Ja, ja. Bei uns. Ja. 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 Nein. Starken. Ich will nochmal tupsen. Ich will nochmal tupsen. Ah, da bin ich vorbeigesprungen. Ich will nicht sagen, aber mal wieder, mal wieder weniger Punkte hat. Ach, der Schaden macht so viel Punkte. Ja. Macht mega viel Punkte. Das macht er am meisten. Tore und Paraden sind ganz nützlich, aber... Nein. Nicht gut. Blöd das. Ja. Danke. Nein. Schöner Save. Ah, der hat er. Gerade so, ganz knapp überm Boden. Fuck. Nein. 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 So lasch. Nö. Nö. Hände rückt. Es ist kein Punkt, weil er rollt. Ne. Keine Angst. Das ist ja nicht schön. Ah. Nein. Ja. Gude Wicht. Äh. Sehr schön. Ah. Ich komm nicht hoch. Ja. Alter, du Pimmel. Schubst du mich weg? Ich glaub's nicht. Nein. Sorry. Schubst du mich weg? Nein. 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 Schönes Ding, Alter. Knapp, aber knapp. Wir haben's. Ah, so viel haben wir gar nicht offen. Scheiße. Ja, der wär auch schon drin gewesen. Da drüben ist keiner. Oh, doch der Henne. Schön. Normal. Na, schade. Na, du Arsch. Da merk ich wieder, bei solchen Modi, dass es so viel Ausnahme ohne Ballcamp spielen gewohnt ist. Das ist... Von Millimeter... Und du treffst den Ball nicht. Schön. Nein. Ja, schlafen. Und nochmal. Ja. Das gibt's nicht. Doch, bei Roller. Komm, Baum. Baum sind gleich Henne. Oh, nochmal schön verlängert. Komm schon. Nein. Meiner. Ah, zu lasch. Und falsche Richtung. Ja, aber schön auf der Seite. Ja, nice. Ah, das geht zu mir. Hilft nicht, wenn du... Das ist die falsche Richtung. Ja, aber der Timo ist da. Ja. Ah, ist aber geplot. Ja. Nein. Wow. Schön gehalten. Nein, so, nein, so, nein. Zieh. Ah, fuck. Nein, was? Ah. Ah, das war schlecht. Nein, daneben. Nein, ja. Ach, er hat mich... Er hat mich eigentlich nicht richtig geblockt. Ich weiß nicht, wieso ich diesen Ball nicht getroffen habe jetzt. Irgendwie warst du da... Ne. Eigentlich nicht im Weg gewesen. Keine Ahnung. Nicht richtig reingedreht. Ach, atma, du Pimmel. Ja, rumpimmeln kann er. Nein, sowas. Blau macht den Ball. Ne. Nicht gut. Oh, ist ja gleich noch vorbei. Ja, oh. Ja, ein Teil zwei. Nein. Nein, ganz knapp daneben. Ganz knapp daneben. Ganz knapp daneben. Boah, das ist ja... Ja, okay, das war wirklich sau mit Absicht. In der Verlängerung auch noch wödelos. Oh, schön. Oh, und schön übernommen. Schön übernommen. Ich war ja ein Astreiner Pass. Ohne Pass. Oh, nice. Ohne Pass Pass. Nein. Ja. Alter. Nö. Warte, richtig. Weiß. Nein. Was ist da noch dran? Boah, was ein Ding. Das ist eine blöde Idee. Ja. Oh. Oh. Und komm noch mal. Ja. Schön. Ja. 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 Nein. Ah, das gibt's nicht. Ja. Kacke. Oh. Ah, gut. Danke. Oh, okay. Oh nein. Ja. Boah, das ist halt Fred. Oh, wie assi. Ah nein. Ja, ich hab Angst, aber der ist nach vorne geflogen, bevor er hoch ist. Respekt verdammt gut dagegen gehalten. Nicht schlecht. Ja, der atme eigentlich nicht. Ja. Gar nicht übel. Ah, sogar mehr Punkte. Mhm. Ja, ja, der Ava ist da überragend. Boah, das macht Spaß. Das macht echt Spaß, ja. Das ist mal was ganz anderes Geiles.